Das Buch Wie du Menschen loswirst, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen von Andrea Weidlich ist ein Ratgeber für alle, die sich von toxischen Menschen und Selbstzweifeln befreien möchten. Die Autorin zeigt auf, wie man negative Beziehungen erkennt und sich von ihnen löst, ohne dabei Schuldgefühle oder Ängste zu haben. Dabei gibt sie praktische Tipps und Übungen, die helfen, das eigene Selbstbewusstsein zu stärken und ein gesundes Umfeld zu schaffen. Das Buch ist ein Spiegel-Bestseller und hat bereits vielen Lesern geholfen, sich von belastenden Beziehungen zu befreien und ein glücklicheres Leben zu führen. Kapitel 1 Einleitung In unserem Leben begegnen wir vielen Menschen, die uns nicht gut tun. Sie können uns emotional belasten, uns in unseren Zielen und Träumen einschränken oder uns sogar schaden. Es ist wichtig zu erkennen, dass wir nicht verpflichtet sind, diese Menschen in unserem Leben zu behalten. Wir haben das Recht, uns von ihnen zu distanzieren und uns auf unsere eigene Gesundheit und unser Wohlbefinden zu konzentrieren. Das Loslassen von toxischen Menschen kann schwierig sein, aber es ist ein notwendiger Schritt, um unser Leben in die richtige Richtung zu lenken. Wir müssen uns bewusst sein, welche Menschen uns nicht gut tun und welche Beziehungen uns schaden. Dann müssen wir uns von diesen Menschen lösen und uns auf positive und unterstützende Beziehungen konzentrieren. Es ist auch wichtig, unsere eigenen Selbstzweifel loszulassen. Wir müssen uns selbst akzeptieren und uns auf unsere Stärken konzentrieren, anstatt uns auf unsere Schwächen zu konzentrieren. Wir sollten uns ermutigen und uns selbst daran erinnern, dass wir wertvoll und fähig sind. Insgesamt ist das Loslassen von toxischen Menschen und Selbstzweifeln ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem glücklichen und erfüllten Leben. Wir sollten uns auf positive Beziehungen und unsere eigenen Stärken konzentrieren und uns von allem lösen, was uns nicht gut tut. Kapitel 2 Was sind toxische Menschen? Toxische Menschen sind eine Belastung für unser Leben. Sie können uns emotional und mental auslaugen und uns das Gefühl geben, dass wir nicht gut genug sind. Es ist wichtig zu erkennen, wer toxisch für uns ist und wie wir uns von ihnen lösen können, ohne sie zu verletzen oder uns selbst zu schaden. Toxische Menschen können uns in verschiedenen Formen begegnen, wie zum Beispiel als Energiewampire, Manipulatoren oder Narzissten. Es ist wichtig, ihre Verhaltensmuster zu erkennen und zu verstehen, wie sie uns beeinflussen. Wenn wir uns von toxischen Menschen lösen, können wir Platz für positive Beziehungen und Erfahrungen schaffen und unser Leben in eine gesündere Richtung lenken. Kapitel 3 Wie toxische Menschen unser Leben beeinflussen Es gibt Menschen in unserem Leben, die uns nicht gut tun. Sie können uns emotional belasten, uns manipulieren oder uns sogar schaden. Diese toxischen Menschen beeinflussen unser Leben auf negative Weise und es ist wichtig, sie loszulassen. Wir müssen uns bewusst werden, wer uns gut tut und wer nicht und uns von denjenigen distanzieren, die uns schaden. Es ist ein schwieriger Prozess, aber es ist notwendig, um unser eigenes Wohlbefinden zu schützen. Wir sollten uns nicht schuldig fühlen, wenn wir uns von toxischen Menschen trennen, sondern uns auf unsere eigene Gesundheit und Glück konzentrieren. Kapitel 4 Warum es so schwer ist, toxische Menschen loszulassen Es ist oft schwierig, toxische Menschen loszulassen. Wir halten oft an ihnen fest, weil wir uns verpflichtet fühlen oder weil wir denken, dass wir sie ändern können. Aber in Wirklichkeit können wir nur uns selbst ändern und uns von diesen Menschen distanzieren. Es erfordert Mut und Selbstbewusstsein, aber es ist wichtig, um unser eigenes Glück und Wohlbefinden zu schützen. Wir sollten uns von Menschen fernhalten, die uns ständig kritisieren, manipulieren oder uns schlecht behandeln. Es ist wichtig, unsere eigenen Grenzen zu setzen und uns selbst zu respektieren. Nur so können wir uns von toxischen Menschen lösen und unser Leben in vollen Zügen genießen. Kapitel 5 Die Kunst des Loslassens Manchmal ist es schwierig, sich von Menschen zu lösen, die uns nicht gut tun. Doch es ist wichtig, die Kunst des Loslassens zu beherrschen, um unser eigenes Wohlbefinden zu schützen. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist, sich bewusst zu machen, welche Menschen uns Energie rauben und welche uns stärken. Dann sollten wir uns von denjenigen distanzieren, die uns schaden und uns stattdessen auf die positiven Beziehungen konzentrieren. Es ist auch wichtig, uns selbst zu reflektieren und unsere eigenen Verhaltensmuster zu erkennen, die uns in toxische Beziehungen führen können. Durch das Loslassen von negativen Menschen und Gedanken können wir uns auf das konzentrieren, was uns wirklich wichtig ist und uns glücklich macht. Kapitel 6 Wie du toxische Menschen erkennst Es gibt Menschen in unserem Leben, die uns nicht gut tun. Sie können uns emotional belasten, uns manipulieren oder uns sogar schaden. Es ist wichtig, diese toxischen Menschen zu erkennen und uns von ihnen zu lösen. Einige Anzeichen dafür sind, dass sie uns ständig kritisieren, uns nicht respektieren oder uns in ungesunde Situationen bringen. Wir sollten uns bewusst sein, wer uns gut tut und wer nicht und uns von denjenigen distanzieren, die uns schaden. Es ist ein wichtiger Schritt, um unser eigenes Wohlbefinden zu schützen und uns auf positive Beziehungen zu konzentrieren. Kapitel 7 Wie du toxische Menschen loswirst Manchmal gibt es Menschen in unserem Leben, die uns nicht gut tun. Sie können uns emotional belasten, uns herunterziehen und uns sogar schaden. Es ist wichtig zu erkennen, wer diese toxischen Menschen sind und wie man sie loswird, ohne sie zu verletzen oder zu töten. Der erste Schritt ist, sich bewusst zu werden, wer diese Menschen sind. Es kann schwierig sein, dies zu akzeptieren, aber es ist wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein. Wenn jemand ständig negativ ist, uns kritisiert oder uns manipuliert, dann ist es an der Zeit, sich von dieser Person zu distanzieren. Der nächste Schritt ist, Grenzen zu setzen. Wenn wir uns von toxischen Menschen distanzieren, müssen wir auch unsere Grenzen klar kommunizieren. Wir müssen deutlich machen, was wir akzeptieren und was nicht. Wenn jemand unsere Grenzen überschreitet, müssen wir bereit sein, Konsequenzen zu ziehen. Schließlich müssen wir uns selbst schützen. Wenn wir uns von toxischen Menschen distanzieren, kann es schwierig sein, alleine zu sein. Wir müssen uns jedoch daran erinnern, dass es besser ist, alleine zu sein, als in einer schädlichen Beziehung zu bleiben. Wir sollten uns auf uns selbst konzentrieren und uns um unser eigenes Wohlbefinden kümmern. Insgesamt ist es wichtig, toxische Menschen loszuwerden, um unser eigenes Wohlbefinden zu schützen. Wir müssen uns bewusst sein, wer diese Menschen sind, Grenzen setzen und uns selbst schützen. Es ist ein schwieriger Prozess, aber es ist notwendig, um ein glückliches und gesundes Leben zu führen. Kapitel 8 Wie du dich vor toxischen Menschen schützt Es ist wichtig, sich vor toxischen Menschen zu schützen, um ein gesundes und glückliches Leben zu führen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist, sich bewusst zu sein, wer in unserem Leben toxisch ist und wer nicht. Wir sollten uns von Menschen fernhalten, die uns ständig kritisieren, manipulieren oder uns schlecht fühlen lassen. Es ist auch wichtig, unsere eigenen Grenzen zu setzen und uns nicht von anderen überschreiten zu lassen. Wir sollten uns Zeit nehmen, um uns selbst zu pflegen und uns von negativen Einflüssen fernzuhalten. Letztendlich sollten wir uns umgeben von Menschen, die uns unterstützen und uns glücklich machen. Kapitel 9 Wie du selbstzweifellos wirst Selbstzweifel können uns oft daran hindern, unsere Ziele zu erreichen und unser volles Potenzial auszuschöpfen. Doch wie können wir diese zweifellos werden? Eine Möglichkeit ist uns bewusst zu machen, dass wir nicht perfekt sein müssen und Fehler machen dürfen. Wir sollten uns selbst akzeptieren und uns nicht ständig mit anderen vergleichen. Auch das Setzen realistischer Ziele und das Feiern kleiner Erfolge kann uns helfen, selbstzweifel zu überwinden. Wichtig ist auch uns von negativen Gedanken und Menschen zu distanzieren und uns stattdessen auf positive Dinge zu konzentrieren. Indem wir uns selbst lieben und uns auf unsere Stärken fokussieren, können wir selbstzweifellos werden und ein erfülltes Leben führen. Kapitel 10 Wie du dein Selbstbewusstsein stärkst Um das Selbstbewusstsein zu stärken, ist es wichtig, sich selbst anzunehmen und zu akzeptieren. Dazu gehört auch sich seiner Stärken und Schwächen bewusst zu sein und diese anzunehmen. Eine positive innere Einstellung und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sind ebenfalls wichtige Faktoren. Es kann hilfreich sein, sich Ziele zu setzen und diese Schritt für Schritt zu erreichen, um das Selbstvertrauen zu stärken. Auch das Umfeld kann einen großen Einfluss auf das Selbstbewusstsein haben, daher ist es wichtig, sich von toxischen Menschen zu lösen und sich mit positiven und unterstützenden Menschen zu umgeben. Kapitel 11 Wie du dein Leben ohne toxische Menschen gestaltest In unserem Leben begegnen wir vielen verschiedenen Menschen. Manche von ihnen sind uns eine große Bereicherung, andere hingegen ziehen uns nur runter und machen uns das Leben schwer. Es ist wichtig, sich von toxischen Menschen zu lösen und sein Leben ohne sie zu gestalten. Zunächst einmal sollte man sich bewusst machen, wer in seinem Leben toxisch ist. Das können Menschen sein, die uns ständig kritisieren, uns herabsetzen oder uns manipulieren. Auch Menschen, die uns immer wieder enttäuschen oder uns einfach nur Energie rauben gehören in diese Kategorie. Sobald man erkannt hat, wer toxisch ist, sollte man sich von diesen Menschen distanzieren. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass man den Kontakt komplett abbrechen muss. Man kann auch einfach den Umgang mit ihnen reduzieren und sich auf positive Beziehungen konzentrieren. Es ist auch wichtig, sich selbst zu reflektieren und zu schauen, warum man sich von toxischen Menschen angezogen fühlt. Oftmals liegt es daran, dass man selbst unsicher ist oder ein geringes Selbstwertgefühl hat. Indem man an sich selbst arbeitet und sich stärkt, wird man automatisch weniger anfällig für toxische Beziehungen. Insgesamt gilt, man sollte sich von Menschen lösen, die einem nicht gut tun und sich stattdessen auf positive Beziehungen konzentrieren. Nur so kann man ein erfülltes und glückliches Leben führen. Kapitel 12 Fazit und Ausblick Nachdem ich mich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es unglaublich wichtig ist, toxische Menschen aus unserem Leben zu entfernen. Es ist nicht nur für unsere mentale Gesundheit von großer Bedeutung, sondern auch für unsere persönliche Entwicklung und unser Glück. Wir sollten uns nicht länger von Menschen beeinflussen lassen, die uns nicht gut tun und uns stattdessen auf diejenigen konzentrieren, die uns unterstützen und uns positiv beeinflussen. Es ist ein schwieriger Prozess, aber es lohnt sich, sich von negativen Einflüssen zu befreien und unser Leben in die Hand zu nehmen. Das Buch »Wie du Menschen loswirst, die dir nicht gut tun, ohne sie umzubringen« von Andrea Weidlich ist ein hilfreicher Ratgeber für alle, die sich von toxischen Menschen und Selbstzweifeln befreien möchten. Die Autorin gibt praktische Tipps und Übungen, um negative Beziehungen zu beenden und das eigene Selbstwertgefühl zu stärken. Dabei geht sie auch auf die psychologischen Hintergründe ein und zeigt auf, wie man sich selbst schützen kann. Insgesamt ist das Buch gut strukturiert und leicht verständlich geschrieben. Es eignet sich sowohl für Betroffene als auch für Menschen, die anderen helfen möchten. Den Link zum Buch findest du in der Beschreibung. Dort findest du auch unseren kostenlosen monatlichen Newsletter. Abonniere den Kanal für weitere interessante Sachbücher. Mit deinem Abo hilfst du unserem Kanal. Vielen Dank dir!